Ja, dann würde ich kurz ein paar Worte noch zu Harald sagen, warum wir ihn eingeladen haben. Ich habe ein Bild noch gesucht, Harald, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Das war nämlich beim Enterprise 2.0 Summit in Paris. Ich glaube, es war 2008 oder 2009. Und Harald war mir aufgefallen, weil er orange Socken anhatte. Da musste ich natürlich gleich seinen Talk anhören. Und für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, Enterprise 2.0 war ja quasi so die Bewegung Web 2.0 Erkenntnisse und Tools und Verhaltensweisen von dem Internet ins Intranet zu übernehmen. Also sprich Wikis, Weblogs, Diskussionsforen, Social Networks, die dann im Unternehmen Enterprise Social Networks hießen. Und ich glaube, seitdem hatten wir, ich glaube, nach dem Enterprise 2.0 somit nicht direkt so intensiv Kontakt, aber auf der CeBIT hatte ich mir dich da mal gekrallt und habe einen Podcast gemacht zu eurem Guide-Netzwerk. 2015 war das, so als Multiplikatoren-Netzwerk. Und im Bench-Learning tun wir mal diskutieren. Und ich dachte jetzt so in dieser Zeit, wo in vielen Organisationen quasi in den letzten Jahren Office 365 Einzug gehalten hat und jetzt gerade Gen.AI Einzug hält, können wir mal die Frage beleuchten, welche Rolle denn diese Enterprise Social Networks, wo es ja verschiedene Toolanbieter dafür gibt, heute noch so spielen, wie sich das aus deiner Perspektive einbettet in die ganze Infrastruktur der Organisation und wie da einfach deine Sicht drauf ist. Deswegen freut es mich total, dass du zugesagt hast und würde dir damit die Bühne der C3 Managers Meetup übergeben. Ja, herzlichen Dank, Simon und dem Organisationsteam. Ich verfolge das natürlich auch schon eine ganze Weile. Ich mache zwar am Rande nur mit Communities in der klassischen Form etwas. Also ich arbeite sehr viel mit Communities selber, aber in der wunderbaren organisierten Form, wie man es laut Ära-Profil und so weiter macht, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich jetzt sehr, sehr gerne mit Netzwerken arbeite, um die Komplexität hochzufahren, um den Reichtum der Diversität und so weiter voll nutzen zu können. Ich schmeiße jetzt gleich mal meine Folie an, aber weil ich auf dem Mac bin, kann ich leider parallel eben nicht mit PowerPoint Live oder sowas, sondern arbeiten. Also das heißt, ich sehe und höre euch, ich sehe euch nicht und höre euch nur. Das heißt, ihr müsstet mir dann bitte in irgendeiner Form Audio-Signal geben, wenn ihr was sagen wollt, wenn ihr eine Frage habt. Ansonsten würde ich jetzt mal durchspringen und kleiner Disclaimer, in meiner Social-Media-Aktivität draußen versuche ich inspirierend, positiv und konstruktiv die Zukunft zu gestalten. Ich habe vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr so einen TEDx-Talk in Rumänien geben dürfen und habe dafür schon mal mir einige Sachen erarbeitet. Und beim Erarbeiten genau zu dem Thema, was wir heute auch sprechen, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die mich nicht ganz so positiv stimmen. Von daher wird es heute ein bisschen so ein sachlicheres Thema in Form von, wo glaube ich, dass wir heute wirklich stehen. Nichtsdestotrotz mache ich bis heute weiter und sehe mich da nicht irgendwie am, da ist irgendwas großartig gescheitert, sondern es ist einfach auf einem Level angekommen, wo man sich überlegt, wo soll es denn am besten jetzt mit allen neuen Möglichkeiten hingehen. Von daher schmeiße ich meinen Bildschirm an und hoffe, dass ihr ihn auch sehen könnt. Und zwar, Moment, jetzt. Das klappt. Das klappt, das ist sehr schön. Also KI habe ich natürlich ein bisschen auch verwendet. Ich mache das gleich als Disclaimer vorweg. Ich habe Claude verwendet, um einfach ein paar Bilder da mit reinzupacken, um das, was ich sagen will, auch visuell darzustellen. Da springe ich einfach drüber. Ein paar Folien habe ich einfach nur mitgenommen, um euch zu zeigen, wo wir da irgendwann mal angefangen haben. Und die fand ich ganz spannend. Das hat damals eben auch in einer Sharing-Ko-Kreationsweise mir eine Dame gemacht, dieses Bild im Endeffekt, aufgrund einer Sketchnote, in der ich versucht habe, mal Hierarchie, Communities, Marktplätze und Netzwerke zu vergleichen. Jetzt geht unten noch eine ganze Menge weiter. Also wer möchte, die Links sind hier immer unten mit drunter, wo wir verglichen haben, wie sind denn diese Organisationsformen aufgebaut? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man dazu wissen sollte, dass in der hierarchischen Welt, in der hierarchischen Welt, die perfekt geeignet ist für eine komplizierte Welt, in eine einfache Welt, in eine Command-and-Control-Welt sozusagen, wo das Hauptziel Stabilität, Berechenbarkeit und so weiter ist, wo es mit Ressourcen und Befehlen geht. Also Ressourcen waren damals auch einschließlich Menschen. Und ein ganz wichtiger Punkt hier ist eigentlich immer Sicherheit und Planbarkeit. Und auf der anderen Seite, wenn man Richtung Netzwerke geht, da geht es halt eigentlich eher um Komplexität, also maximale Komplexität, Diversität, Dynamik. Was braucht es dafür? Mut und Höflichkeit, habe ich das mal genannt. Also wenn das nicht da ist, dann funktioniert das relativ wenig. Also bei Shitstorm in der negativen Form. Und hier ist es der Treiber im Endeffekt, die Person selber, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter. Und die Ziele und die Wertschätzung sind, würde ich sagen, da die ausschlaggebenden Begriffe, die da drin sind. Weiter gehe ich da gar nicht ein. Daraus hat ja irgendwann dann, und da war ich sehr froh drüber, ein John Cotter, der ja für Change-Prozesse sehr bekannt ist, gesagt, na ja, zur klassischen Hierarchie, dieses Operating-Model ist zwar klasse, aber eigentlich brauchen wir auch eine Netzwerkorganisation für den informellen Teil oder für den dynamischen Teil. Also wo ich wirklich die große Vielfalt auch nutzen kann, wo ich kurze Wege habe zu dem, was ich wirklich brauche, wo ich Antworten bekomme auf Dinge, die vielleicht noch gar nicht da sind. Ich habe oben so eine kleine Bubble dazu gemacht, Perfect for AI Efficiency. Einer der großen Versprechen von KI ist ja, dass es effizienzverbessernd ist. Und im Moment sind mir zumindest sehr viel mehr Möglichkeiten für KI-Einsatz in der Hierarchie aufgefallen, wo man sowieso ja schon mit Prozessen, Algorithmen und allem in Datenbanken und so weiter arbeitet, mehr Dokumenten fokussiert arbeitet. Da finden wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit KI besser zu arbeiten, schneller zu arbeiten. Während in einem Netzwerk, und da kam jetzt schon ein paar Mal die Frage, KI in der Community, Tanja, wir hatten darüber auch mal gesprochen, was wären denn da die Vorteile, die wir da haben. Und da ist jetzt nicht ganz so viel rausgekommen. Da bin ich aber sehr gespannt, wo wir das dann in Netzwerken oder auch Communities gewinnbringend einsetzen. Ich habe aus einem Blogpost 2019 mal zusammengestellt. Also da hatte ich mal nach zehn Jahren, damals schon nach zehn Jahren mal gefragt, ja, was bringt es mir denn? Weil mich plötzlich eine Führungskraft gefragt hat, ja, warum sollte ich das denn jetzt tun? Und habe dann eben auch im kollaborativen Stil mit ganz, ganz vielen Leuten, die sich beteiligt haben. Ich glaube, das waren damals über 100 Kommentare, die immer, die wirklich ganz konstruktiv mir Mehrwert geliefert haben. Was bringt denn eigentlich ein Netzwerk im Verhältnis oder im Gegensatz zu einer klassischen Abteilung oder einer mittelgroßen Community sozusagen? Ich gehe da nicht durch, sondern wie gesagt, ich springe da nur drüber. Ihr könnt eh schneller lesen, als ich reden kann. Also die wichtigsten Dinge, die da drin waren, ist einfach eine digitale Reputation, die ich mir aufbauen kann. Wichtig war auch dieser Satz, Lösungen zu Problemen, denen man sich noch gar nicht bewusst ist. Ich glaube, das ist einer der ganz großen Punkte, Serendipity, also diese Zufallsgeschichte. Ich kriege eine Antwort zu einer Frage, die ich mir noch gar nicht gestellt habe. Das ist etwas, was für mich sonst nichts leisten kann, als zum Beispiel so ein Netzwerk. Diese ganze Thema Asynchronität, Zeit und ortsunabhängig, skalierbar und so weiter, dezentrales Arbeiten, auch da ist für mich persönlich Netzwerk unglaublich wichtig. Ich habe mir dann, das habe ich jetzt gerade heute noch gemacht, nochmal meine ganzen Bookmarks und alles durchgegangen und habe mal von ungefähr vor 10, teilweise 15 Jahren, sind manche schon alt, manche sind nicht ganz so alt, weil die ganzen Social Networks, also die eigentlich auch einen Fokus hatten auf innerorganisationale, nicht alle von denen, aber viele von denen, Das sind eigentlich die Mehrzahl zumindest davon ESNs. Meine Bookmarkliste, mehr als zwei Drittel von denen funktioniert gar nicht mehr. Das heißt, die URLs gibt es nicht mehr, die sind alle weg. Also da sind nur noch wirklich überschaubar wenige da. Manche haben sich dann umbenannt. Aus Koyo wurde dann dieses Hilo und es fehlen auch natürlich ganz, ganz viele. Synchro habe ich so nicht mehr, Xelos habe ich nicht mehr gesehen. Da drüben gibt es noch Telekom Teamlike. Da findet man nicht mal mehr ein Logo richtig. Das hatte ich bei mir dann noch irgendwo gefunden. Also es gibt da ganz viele Sachen, die vor, ich sage jetzt mal, grob zehn Jahren auf den Markt gekommen sind, um internes Enterprise Social Networking als Plattform für die Organisation zu ermöglichen. So, dann habe ich mir mal angeschaut, wie sieht denn das da draußen aus? Also Social Media intern, schwierig mit den Plattformen, es sind fast keine mehr da. Und draußen ist es aber scheinbar so, nach Statista, dass das ständig wächst. Also wir haben ständig immer noch mehr Leute, die Social Media weltweit nutzen. Die Plattformen explodieren natürlich auch in der Form. Dann habe ich mir Social Media damals, das ist für den TED-Talk eine Folie mir angeschaut, und habe gesagt, wofür steht denn Social Media bei den meisten Leuten? Und leider steht es eher für Shitstorm, als für irgendwie besondere tolle Sachen. Wir haben psychologische Gutachten, dass Social Media wirklich als eine Droge sozusagen gesehen wird, also wirklich als eine gesundheitsgefährdende Geschichte, dass es viele Leute Lebenszeit frisst und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, die eigentlich tendenziell bei Social Media eigentlich in die negative Richtung gehen. Also die Gesamtreputation hat sich in den letzten zehn Jahren, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, nicht verbessert. Man hätte ja sagen können, wow, da passiert was. Irgendwie Prager Frühling, Länder haben sich zusammengeschlossen, Fluten konnten besser geregelt werden, also Hilfegruppen haben sich organisiert. Also es ist ja ganz, ganz viel Tolles passiert. Aber das sind eigentlich, gefühlt sind das immer nur so einzelne Fälle. Und das, was man die ganze Zeit hört, ist eigentlich, dass Social Media nicht so wirklich toll ist oder gesund. Dann habe ich mir mal ein paar Bilder machen lassen von Claude, weil der Unterschied, der für mich da ganz groß rauskommt, und ich habe vom Rainer, du hast mal so schön dargestellt, wie bei euch der Umstieg war, aber auch bei Firma Bayer oder bei anderen Firmen, Telekom und so weiter, ganz viele Firmen gehen ja im Endeffekt weg von einer klassischen ESN-Plattform, die Social Collaboration für mich als Kern hat und gehen hin zu Social Communication. Also jetzt, wenn ich Microsoft nehme, wie bei Engage, ist für mich einfach nur noch ein interner Twitter. Mehr ist das Ding nicht. Für mich jetzt persönlich. Das heißt, das ist einfach nur noch, Leute reden miteinander, ich mache Promotion, ich kann noch ein bisschen Netzwerk aufbauen, Leuten folgen, aber es ist im Endeffekt, ist das nur noch reden. Und Social Collaboration, was eigentlich der Kern von ESN war, dass ich mit Blogs, Wikis und Foren wirklich den Prozess, den ich in der physischen Welt, in Kleingruppen mit einem, ich sage jetzt mal, ich habe einen Town Hall, da habe ich einer redet und alle hören zu, das ist im Endeffekt, eine digitale Version ist ein Blog. Dann habe ich ein Thema mit dem, was da besprochen worden ist, also was mache ich? Ich mache einen Workshop, was ist das? Das ist ein Forum. Da wird dann auf Augenhöhe diskutiert, jeder hat die gleichen Möglichkeiten, und so weiter. Das heißt, ich gehe vom Blog ins Forum, diskutiere das durch und das Ergebnis von dem Forum ist im Endeffekt, dass ich dann in eine Wiki reingehe und da konsolidiert meine Informationen, mein Wissen wieder aufbaue. Und wenn ich damit fertig bin, gehe ich eigentlich wieder zurück in den Blog, um dort dann im Endeffekt wieder zu verkünden sozusagen, wir sind jetzt soweit auf einem neuen Level oder wir sind fertig. Das ist der Stand. Das heißt, diese Collaboration ist eigentlich so eine Ende-zu-Ende-Schleife, die immer wieder auf eine höhere Stufe kommt und die passiert in Social Media. Das heißt, jeder, der irgendwas in einem Blog, Forum oder Wiki schreibt, sorgt dafür, dass es natürlich vervielfältigt wird an seinem Netzwerk, sorgt, dass Relevanzerhöhung möglich ist, sorgt, dass es ein Movement geben kann, wenn was wirklich relevant ist und so weiter. Das heißt, die Social Collaboration heißt, die ganze Arbeit findet von A bis Z in diesem ESN statt. Und ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich mache seit zwölf Jahren nichts anderes mehr. Alle meine Projekte finden komplett in ASN statt, von der ersten Idee über die Wer macht mit bis hin zu der Diskussion über den Scope, über das Aussehen, über die Bearbeitung. All das funktioniert eigentlich nur in Blogs, Wikis und Foren. Bei Social Communication habe ich eigentlich einen Kommunikationskanal, wie bei Engage oder ähnliches oder ein Chatclient oder manche nutzen auch Teams dafür und woanders wird dann mit Dokumenten gearbeitet. Eigentlich müsste nämlich dieses Social Communication so ein Bild sein, nämlich einer redet und viele hören zu in der Regel. Es ist ja immer noch so, dieses alte Bild von 1,99, einer in Social Media praktisch erzeugt Content, 9% antworten oder reagieren drauf und 90% hören nur zu, werden überhaupt nie sichtbar. Und das wird natürlich durch Social Communication immer noch krasser gemacht, weil immer weniger Leute dazu beitragen. Kleiner Tipp, am Ende komme ich noch zu den... Ja? Frage? Ich glaube, es war eine Störung. das war eine Störung. Okay. Komme ich nachher noch dazu. Bei KI hat da natürlich auch nochmal einen Mega-Einfluss auf diese ganze Kiste. So, ich zeige euch nur ein Bild. Ich habe es leider nicht besser gekriegt. Das ist ein altes Screenshot von einem Titan-Pad, hat das geheißen. Da haben über 30 Leute, haben quasi live im Ko-Kreationsmodus daran gearbeitet. Ihr seht schon, es war irgendwie 2015. Das ist jetzt kein Enterprise Social Media, aber das ist Social Collaboration. Es ist ko-kreatives Schreiben von Artikeln, von Präsentationen, von irgendwelchen Slides oder Dashboards. Das hat eigentlich vor 15 Jahren dramatisch besser funktioniert. Also da hat es viele Tools, auch Google Wave gibt es ja auch schon seit 15 Jahren, gibt es seit 10 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Auch das hat ko-kreatives Arbeiten schon erlaubt. Und heute sind, ja, Confluence-Cants als internes, also da kann ich es machen, aber die meisten Wikis können es nicht. Da muss ich immer wieder speichern und dann erst kann der Nächste weiterarbeiten. Also dieses ko-kreative Arbeiten ist eigentlich eher weniger geworden als mehr. Dann habe ich mir diese Social Calibration Maturity Levels, das war der Artikel, den wir da ko-kreativ erzeugt haben, mal angeschaut. Und die fünf Stufen, die wir damals so definiert haben, ist quasi die Fragen, die man sich so stellt. Also die unterste, why, wieso sollte ich überhaupt Social Media nutzen? Zweite Stufe, wenn ich entschieden habe, okay, ich weiß jetzt wieso, dann frage ich ja, ja, was nutze ich jetzt? Nutze ich jetzt Twitter, X nutze ich LinkedIn, nutze ich ein Enterprise Social Network oder und so weiter. Also welches Tool? Wenn ich das dann entschieden habe, dann, ja, wie verwende ich dann das jeweilige Tool? Also die technische Qualifikation, aber auch die Qualifikation in Form von, um ein Netzwerk, eine Community aufzubauen, der Community Life Cycle, den Cutter und die entsprechende, der Verband gemacht haben und so weiter. Wenn ich das dann fertig habe, dann komme ich auf die Frage, okay, und mit wem? Also wer sind denn die Leute, mit denen ich am besten zusammenarbeite, in der Community oder im Netzwerk, um das zu erreichen? Und erst, wenn ich diese Fragen alle beantwortet habe und eigentlich da relativ weit bin, dann kann ich eigentlich erst erleben, wow, okay, das passiert, wenn jetzt plötzlich, in meinem Fall, in den Communities, plötzlich 40.000 Leute an einem Thema arbeiten oder 10.000 Leute in einem Netzwerk plötzlich etwas hinkriegen, was halt sonst niemand hinkriegen kann, weil die Summe der Leute halt mehr ist, als die Einzelnen können. Ja, also dieses We-Erleben, das sieht man auch in den ganzen Sprüchen, die es nach wie vor gibt, also so viele Köche verderben im Brei und so weiter, ist ja nichts anderes wie, lass uns es reduzieren, lass uns fokussieren, lass uns das Ganze klein machen, weil dann können wir es managen. Aber Netzwerke stehen ja dafür, die Komplexität auch wirklich zuzulassen und die Schwierigkeit sozusagen für konditionierte Menschen auf Simplifikation, also auch Vorstände und Kindergarten, da wird immer alles ganz einfach gemacht. Wenn ich die ganze Zeit auf Simple konditioniert bin, dann habe ich natürlich ein Problem mit Komplexität. Wenn ich also plötzlich eine große Zahl von Leuten einbinde, dann kriege ich auch eine große Zahl von Antworten und kann die nicht mehr dann in der Regel runterbrechen auf eine Lösung, sondern ich brauche dann viele Lösungen und die vielen Lösungen kann ich allein natürlich nicht liefern, also muss ich meinen Arbeitsmodus ändern und der Arbeitsmodus heißt eigentlich wir gewinnt, also wir machen es gemeinsam. Damit lösen sich aber die Rollen auf. Also sowohl beim Lernen habe ich dann nicht mehr Trainer, Schüler, Schülerin, sondern alle sind gemeinsam auf Lernreise. Oder beim Arbeiten nicht mehr wir sagen, wie ihr es machen müsst, also ich delegiere Einzeltasks, sondern wir erarbeiten das gemeinsam auf eine agile Arbeitsweise, co-kreativ und so weiter und dann kann ich natürlich nicht vorher sagen, was da nach eineinhalb Jahren rauskommt. Gleichzeitig braucht es aber diese Dynamik bei den ganzen Tools und bei den ganzen Märkten und all den Dynamiken, die wir draußen ja haben. Also ich würde hier wirklich so ein Fragezeichen hinstellen, ob wir uns auf dieser Leiter, nenne ich es jetzt mal, wie viele Leute haben da dieses Wir-Erlebnis wirklich schon mal von einem Netzwerk in einer positiven Form gehabt. Da springe ich nur ganz kurz drauf, also ich habe das, irgendwann haben wir das ja mal dargestellt, was sind denn eigentlich die Basics von einem ESN, die fünf Dinge, die jedes ESN eigentlich haben muss, also ein Profil, ein Netzwerk, dass ich also Leuten folgen kann und mich connecten kann, dass ich irgendeine Form von Content habe, dass es eine Möglichkeit gibt, Feedback zu geben über Likes und Kommentare und dass ich eine Strukturierungsmaßnahme mit Tagging zum Beispiel machen kann. und habe rechts dann gegenübergestellt, was kann denn ESN, was kann Fileshare, ein Chat-Client oder ein Intranet-Portal, weil ich ganz oft höre, dass Leute sagen, wir haben doch jetzt Teams, damit kann ich ja Communities und alles aufbauen. In meinen Augen, naja, nur, nur bedingt und das, was halt jetzt passiert und ich glaube, wir sind eine der letzten Organisationen, die quasi noch ESN, also als wirkliches Tool haben, die meisten sind inzwischen quasi in das entweder Microsoft-Universum gegangen oder haben sich irgendwo noch, leisten sich noch eine Wiki, aber ansonsten ist das alles nur noch Chat-Client. Da noch ganz kurz drauf, was sind denn die eigentlich Besonderheiten da drin? Es ist ein bisschen technisch, aber es ist halt wichtig, weil das, was passiert ist, was wir uns vor zehn Jahren überlegt haben, dass wird es die eine Lösung geben, die dann alles kann? Nein, gibt es nicht. Werden Social-Funktionen in andere Tools reinkommen? Also von SAP bis sonst wo bis Microsoft wird es da Likes und Kommentare und das alles geben. Ja, das ist passiert. Aber, und das ist die große Schwierigkeit, die Funktionen von Likes, Kommentaren, Hashtags und Admentions sind nicht die gleichen wie in einem ESN. Wenn ihr in einem Chat, egal ob jetzt in Slack oder in Teams oder sonst was, wenn ihr da was liked, dann gibt es einen Knopf, der sieht aus wie ein Daumen und da steht eine Zahl daneben und das war's. Mehr passiert technisch nicht. In einem ESN wird Relevanz addiert, das heißt, je mehr etwas liken, umso mehr kommt es im Feed nach oben. Es wird aussortiert, was nicht geliked wird sozusagen, also nicht weggeschmissen, sondern es wird einfach dadurch unwichtig, dass es weiter unten im Feed landet. Mein Netzwerk wird automatisch informiert darüber, wenn ich irgendwas like, genauso auch bei Kommentaren. Und es entsteht auch eine Like-Liste, also ich kann selber nachschauen, wo habe ich überall geliked. Ja, also die ganzen Mechanismen, um ein Netzwerk aufzubauen und das Netzwerk zu füttern, um ein Movement zu erzeugen, wie es so schön heißt, das geht in Teams nicht. Das geht auch in Slack nicht. Das ist unmöglich. Erstens sitze ich in einem Silo und zweitens funktionieren die technischen Möglichkeiten nicht. Es sieht aber aus wie Likes und Kommentare. Ja, also das muss einem wirklich bewusst sein, wenn ich mit ESN Social Collaboration betreiben will, gibt es bei Microsoft keine Lösung. Und es gibt bei Slack und bei diesen in der Regel auch keine Lösung, also zumindest die mir eine bekannt ist. Aber ich lerne da natürlich gern dazu. Ich habe es nur, um es da noch deutlicher zu machen, ich habe den Link unten reingestellt, allein Likes, was die für eine Wirkung in einem ESN haben und das ist nicht seriell oder das ist nicht eine davon, sondern da sind ganz, ganz viele Nebenwirkungen dabei, die der Motor sind. Warum teilt denn jemand überhaupt sein Wissen? Das ist ja ganz oft das große Problem, auch in Communities. Wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie Wissen teilen? Naja, wenn mir der Motor fehlt, also Likes und Kommentare in Klammern, Rückmeldung, Wertschätzung, ja, wie sollen das dann funktionieren? Dann ist das einfach nur noch eine Arbeit und viele haben eigentlich eher Angst, Wissen zu teilen, dass sie sich selber obsolet machen. Plus die KI-Geschichte, wo ich am Schluss noch hinkomme. Wo stehen wir dann jetzt? Also was wäre denn eine Möglichkeit? Ich habe das auch irgendwann mal als T-Shaped Organization beschrieben. Also ich könnte ja hergehen und könnte sagen, ja, ich nutze jetzt dieses Micro-Blogging, ups, Entschuldigung, indem ich quasi mein Netzwerk nur nutze, um quasi, ich nenne es mal, einzuatmen, um die ganze Vielfalt zu sehen, um Risiken zu minimieren, Früherkennung und so weiter und um die Schönheit sozusagen der Vielfalt erleben zu können. Und wenn ich das dann alles habe, also ich habe mein Netzwerk gefragt, dann gehe ich in die Community oder in den Teams-Kanal oder in den Slack-Kanal und mache da drin dann meine Arbeit, indem ich das Ganze mit Regeln, Rollen, Prozessen abarbeite, verdichte, auf ein neues Qualitätslevel hebe und so weiter und dann geht es halt wieder in die andere Richtung. Mit diesem Ergebnis gehe ich wieder ins Netzwerk und sage, passt das, resoniert das bei euch und so könnte ich quasi mit so einem Ausatmen-Bild oder eben vom Netzwerk in die Expertenfunktion oder sowas in diese Richtung ständig rein- und rauswechseln. Ich glaube schon, das geht. Also so funktioniert es ja überall. Ich sehe das aber eigentlich als einen sehr verlustreichen Prozess an. Ja, man kann sehr gut steuern, was geht raus, was geht rein und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen so, ja, das ist offen, da dürft ihr mitmachen, aber dann, wenn es um was geht, dann sind wir wieder unter uns. Also ich glaube, dass das zum Thema Vertrauen eine andere Qualität hat, als wenn ich das gesamte Ding in einem ESN mache. So erlebe ich es zumindest. Die habe ich jetzt mal noch mit reingenommen, um auch nochmal das Thema Netzwerk nochmal darzustellen, warum die denn so eine große Beteiligung erreichen. Also ich hatte bei meinen ganzen Projekten, globale Projekte und regionale Projekte immer eine exorbitant große Zahl von Leuten, die sich aktiv beteiligt haben. Und das haben die anderen immer gesagt, ja, wieso sind da so viel da? Wieso machen bei dir so viel mit? Ich habe teilweise am Montag gesagt, hey, ich habe ein neues Thema, wer macht mit? Und am Freitag hatte ich 40 Leute im Team, die teilweise 10, 20 Prozent ihrer Arbeitszeit dafür geopfert haben, sozusagen, um an dem Thema weiterzuarbeiten. Und das liegt eigentlich auch wieder an den Ausprägungen, die wir so haben. Also wenn normalerweise in einem Wasserfallprojekt jemand andere beteiligt, dann machen die eine Umfrage oder sowas. Das heißt, alle Gewalt und alle Macht bleibt bei dem Projektteam und andere Leute dürfen einfach ihren Senf dazugeben. Ich habe das mal Stufe 0 genommen. Stufe 1 wäre dann, wenn du zumindest mal die Ideen gemeinsam, die Problemlösungen, Innovation und Risikoerkennung, wenn du die gemeinsam machst. Das ist jetzt das Bild von vorher, dieses Atmen. Ich gebe ins Netzwerk eine Frage, Netzwerk gibt mir eine Antwort und damit arbeite ich weiter. Das wäre so Stufe 1 in der Beteiligung. Stufe 2 wäre, wenn die gesamte Gestaltung und Entscheidungsfindung schon gemeinsam gemacht wird. Dazu muss ich noch transparenter werden, noch beteiligender werden. Dann komme ich quasi in diese Stufe 2, habe ich sie dann genannt. Und ab jetzt wird gemeinsam Verantwortung getragen. Vorher ist die Verantwortung ja immer geteilt bei denen, die das fragen oder die damit was machen und managen. Und alle anderen dürfen nur liefern oder zuarbeiten. Stufe 3 wäre nach meiner Vorstellung dann einfach, jetzt wird nicht nur gemeinsam die Entscheidung vorbereitet, sondern auch entschieden und umgesetzt. Und das ist das Level eigentlich, an dem ESN unglaublich gut sind. Das heißt, hier ist wirklich Augenhöhe und hier habe ich eine maximale Beteiligung, weil die Leute die Verantwortung übernehmen. Sie haben das maximale Engagement, weil sie eben nicht nur für jemanden liefern und nicht wissen, was der damit macht. Und ich habe damit maximales Vertrauen auch, weil das Vertrauen entsteht ja über Transparenz und Beteiligung. Das heißt, wenn sich die Leute wundern, warum auf Stufe 0 so wenig Vertrauen und so wenig Engagement ist, dann liegt es einfach daran, weil die Leute nicht wirklich eingebunden sind. Klammern, da gab es mal so eine Werbung, die heißt, mach es zu deinem Projekt. In dem Moment, wo du es selber machst und umsetzt, lernst du am meisten, hast am meisten Engagement und du hast auch am Schluss was davon. Also ESN quasi Stufe 1 bis 3, ohne ESN stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, wie das gehen soll. Und das wieder nochmal in einem Teams-Kanal, das ist ein Silo, da sind nur ein paar drin. Und wenn da dann ganz viele drin wären, dann werdet ihr ja wahnsinnig. Stellt euch mal einen WhatsApp-Kanal mit 50 Leuten vor, die aktiv arbeiten. Dann macht es ihr nur noch den ganzen Tag Bing. Also da fehlt jetzt diese Konsolidierungsgeschichte von Likes wieder, dass das nur das Wichtigste wieder nach oben bringt. Gut. Nochmal als letzter Schluss, als letztes Bild in der Richtung, was sind also da die Wirkmotoren von Netzwerken? Ich brauche als erstes, muss ich die Transparenz hochfahren, also Vernetzung, Sharing is Caring und so weiter. Ich muss rausgehen ins Netzwerk und muss zeigen, um was geht es überhaupt. Dann habe ich hoffentlich etwas gefunden, was eine gewisse Relevanz erzeugt. Wenn ich diese Relevanz schaffe, dann kriege ich die Reaktionen, also Feedback und die Likes und Comments und Reposts sorgen dafür, dass das Netzwerk immer größer wird, dass immer mehr Leute mitmachen und im besten Fall habe ich dann eben Resonanz als einen Effekt und das ist im Endeffekt dann dieser Aufschaukel-Effekt, wo dann plötzlich alle mitmachen und jeder weiß, warum es Sinn macht und wie soll er dabei ist. Diese drei Hauptstufen sozusagen, würde ich sagen, wenn die passieren und die brauchen einfach eine gewisse Offenheit, Default Open, ein People-Centric-Geschichte, viele sagen ja auch, man kann SharePoint nutzen. SharePoint ist nach wie vor dokumentenzentriert. In einem dokumentenzentrierten Tool kann ich keinen Aufschaukelungseffekt erzeugen. Das geht nicht. So, zwei Folien noch, dann sind wir durch. Social Turm von Babylon habe ich das jetzt mal genannt. Es gab mal sowas wie Twitter und da muss ich sagen, bin ich, ich bin so mega traurig und für mich ist das wirklich so eine so eine Turm von Babel-Geschichte. Wir hatten alle mal die gleiche Plattform und die gleiche Sprache mehr oder weniger. Jeder und jede auf diesem Planeten konnte über alles Mögliche reden, alles Mögliche nutzen und es war irgendwo in einer Plattform und das ist weg. Die Leute sitzen in 20 verschiedenen, in 100 verschiedenen Plattformen. Es sind, die Protokolle sind alle unterschiedlich. Es gibt noch keine Möglichkeit, dass man das wirklich sauber mixt, dass ich in dem einen arbeite und in dem anderen was poste oder umgekehrt, dass ich da die Rückmeldungen kriege. Das Ad-Menschen funktioniert vom einen zum anderen nicht. Die Likes und Kommentare sind nur in der Insel drin. Also das ist wirklich so ein Wir waren schon mal quasi global vernetzt und jetzt hockt wieder jeder in seiner Bubble. Die klassischen Vorteile sind damit einfach weg, weil ich diese hohe Diversität in einem Netzwerk nicht mehr darstellen kann. Datenschutz ist natürlich besser geworden an vielen Stellen und auch die Individualisierung ist besser. Es ist nicht alles schlechter, aber dieser große Verlust, den ich da erlebe, ist, dass wir keinen Ort mehr haben, an dem ich potenziell jede und jeden erreichen kann. So, jetzt nochmal der Blick auf KI. Auch der ist so ein bisschen, ich sage es mal negativ angehaucht. Diese People-Centric-Geschichte von ESN heißt ja, dass Menschen mit Menschen sich vernetzen und auch kontaktieren. Das, was KI aber im Moment ja vorantreibt, ist, dass ich mich mit KI unterhalte. Und KI liefert mir das, was irgendjemand anders geschrieben hat. Was wird das mit uns machen? Ich weiß es nicht. Dann KI greift ohne den Mehrwert für den Creator den Content ab. Das heißt, der Harald Schirmer hat jetzt seit 30 Jahren irgendwie gefühlte, gezählte 1000 Blogartikel geschrieben in meinem eigenen Blog. Die KI greift das alles ab. Ich kriege nicht mal mehr die Zugriffszahlen. Also früher hat man ja wenigstens nur Likes und Kommentare gekriegt. Die waren eh schon wenig. Aber jetzt kriege ich nicht mal mehr die Views, weil die KI natürlich das Zeug nur einmal besucht und dann einfach nur noch entsprechend zusammengeführt darstellt. Und selten ein Link dazu gemacht wird. Und wenn, dann klickt da keiner mehr drauf. Also der Mehrwert, den ich habe als Creator, egal ob das jetzt YouTube oder Blog oder sonst was ist, also da habe ich echte Bedenken, warum sollte noch jemand was teilen, wenn er quasi selber wirklich gar nichts mehr davon hat. Die Texte selber, inklusive authentischer Fehler, habe ich das genannt, werden optimiert. Also wenn jeder plötzlich einen Assistenten hat, der dafür sorgt, dass die Texte wirklich geil sind, naja, wo ist dann die persönliche Note noch drin? Ja, der kann auch die persönlichen Sprachstile natürlich nachmachen, aber wer macht denn das? Man will ja möglichst gut klingen. Also da ist die Frage, ob die Individualisierung nicht deutlich zurückgeht. Und dann kommen die Autobots dazu. Ich muss ja nicht warten, bis ich da reinschaue, um was zu beantworten. Also ich gehe davon aus, dass wir bald KIs haben, persönliche KIs, die bestimmte Dinge einfach automatisch, ohne dass wir da jedes Mal Ja sagen müssen oder wir sagen dann vielleicht noch Ja, jetzt mach's. Aber die werden automatisch gemacht. Da ist dann für mich ja wieder die Frage, wo ist dann die echte Begegner noch zwischen Menschen? Mehr vom Gleichen statt Zufall. Hatte ich am Anfang schon gesagt, der Zufall ist ja in Netzwerken oder in offenen Plattformen oft der Treiber für Innovation. Wenn ich aber quasi immer mehr von dem Gleichen kriege, weil die KI mir immer das Gleiche zurückmeldet, weiß natürlich, und das ist der nächste Punkt, Verflachung durch Output gleich Input, jeder, der was raushaut und die Bilder dann wieder reinstellt, also das Bild, was ich vorher gezeigt habe mit diesen Menschen, die miteinander reden, die aber eigentlich nur noch Kreise sind, je mehr solche Bilder als Präsentationen wieder online sind, wird die KI natürlich dann sagen, ja, so schaut es halt aus und wird das noch flacher machen. Also da sehe ich noch einen großen Schwierigkeitspunkt drin. Die Geschwindigkeit wird noch höher, ist glaube ich klar, aber gleichzeitig ist die Frage, braucht es nicht eine Tiefe und vielleicht auch eher eine Ruhe oder eine entsprechende Reflektionszeit, die KI ja nicht braucht, aber wir. Da gäbe es jetzt noch so einen Link zur Richtung Unverfügbarkeit als ein Buch, was ich da unbedingt empfehlen möchte in der Richtung. Wenn wir alles jederzeit haben, dann ist die Frage, ob es dann noch einen Wert hat. Und damit bin ich jetzt eigentlich durch. Ich hoffe, ich habe euch mit den ganzen Gedanken, die ich mir da jetzt gemacht habe, mal so inspirieren können, euch selber Fragen zu stellen oder mir Fragen zu stellen. Ich weiß, es ist nicht komplett roter Faden von A bis Z und ich habe nicht so am Schluss den einen Satz, der sagt, morgen wird alles perfekt, aber ich glaube, gerade in unserem Kreis hier, in dieser Gruppe, so sehe ich die zumindest, sollte man schon Tacheles reden und sollte man schon sagen, Leute, wie seht ihr das? Sitze ich da jetzt völlig auf dem falschen Boot oder ist es so, dass die ganze Art zu arbeiten, die mit New Work, mit Social, mit Enterprise 2.0, mit Augenhöhe, mit all diesen Konzepten, die wir jetzt die letzten 10, 20 Jahre verfolgt haben, geht es wirklich in die Richtung oder wo geht es da gerade hin? Vielen Dank.